Da lebt jemand nur 30 Prozent von dem, was er kann, finde ich das eine Tragödie. Ich finde es echt eine Tragödie. Es ist eine Sauerei in Bezug auf all die Talente, all das, was du mitbekommen hast von der Natur. Es ist einfach Murks, mit 30 Prozent durchs Leben zu gehen. Was sind denn meine Fähigkeiten? Was kann ich wirklich? Und was begeistert dich? Wenn du etwas findest, was dich begeistert, dann wären aus den 30 Prozent automatisch 130. Warum sage ich jetzt über 100? Gibt es ja gar nicht. Über 100 Prozent geht nicht. Doch, geht doch. Weil das, was du für 100 hältst, das, was die meisten Menschen für 100 halten, ist nicht 100, ist maximal 40, 50, 60. Und wenn du deshalb sagst, ich gehe auf 130, dann fliegst du an dem, was du für 100 hältst, vorbei. Was eine selbstgewählte Grenze ist. Du fliegst vorbei und auf einmal siehst du, es geht ja 130, es geht ja 140 von dem, was du dachtest, dass 100 Prozent maximal ist. Dann bist du bei 200 und das ist das Leben. Und was dich da hinbringen wird, ist die Begeisterung, sind gute Vorbilder, sind klare Ziele, Träume, Visionen. Du weißt das alles, aber du darfst nicht mit 30 Prozent leben. Das darfst du nicht. Ich sage ja immer, lebe 110 Prozent, gib 110 Prozent. Ich sage, gib Vollgas. Ich sage aber auch, mache Pausen. Das hört aber keiner. Das wollen die von mir nicht hören. Und das gibt mir jetzt die Gelegenheit, das einmal so dringend und deutlich zu sagen, wie es in mir ist. Ich bin selber mit 39 Jahren krank geworden, weil ich keine Pausen gemacht habe oder zu wenig. Ich habe nur drei Stunden geschlafen. Ich habe 16, 17 Stunden gearbeitet, sieben Tage die Woche. Das ist der Weg zum Chaos. Da wirst du krank. Ich bin krank geworden, da ging nichts mehr. Ich bin auf der Bühne umgefallen. Ich habe dann auch versucht, im Fallen weiterzureden, weil ich ja ein harter Hund war. Du kennst ja, wenn ich nicht kann, dann muss ich. Guter Satz für Weicheier, weil die meisten Menschen haben ja nicht das Problem, dass sie über 100 Prozent gehen. Die haben das Problem, dass sie nicht mal über 50 gehen. Aber wenn wir dann etwas tun, wenn wir dann aktiv werden, dann müssen wir verstehen, wie Wachstum funktioniert. Und Wachstum, du weißt das mit deinem Körper, du hast trainiert. Wann wächst der Muskel? In der Ruhephase. Du musst den Anreiz bieten, indem du sagst, jetzt nehme ich die Hand in die Hand oder was auch immer. Ich reize den Muskel. Kleine, minimale Verletzungen durch richtige Anstrengung. Die müssen heilen in der Pause. Und wenn sie heilen, wächst der Muskel. Genau das Gleiche mit unserem Kopf. Anstrengung, minimale Verletzungen, minimal ist ein bisschen zu viel. Pause, dann wächst unsere mentale Fähigkeit. Wächst unsere geistige Fähigkeit. Das müssen wir verstehen. Du wirst stärker, größer, besser in der Pause. Und wenn du keine Pause machst, wenn du keine Pause machst, brennst du aus. Das ist doch ganz logisch. Was keine Pause bekommt, brennt aus. Was soll denn dann passieren mit den Verletzungen? Die können ja nicht repariert werden. Das ist doch ganz logisch. Und wenn du keine Pause machst, wenn du keine Pause machst, brennt aus. Vielen Dank.